Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spookies House of Jumpscares. Yeah! Okay, wir machen weiter. Continue. So, wir waren stehen geblieben bei diesem komischen Lift, der uns weiter rumbringt hier. Äh, zu Stage 150 oder Stage 151 bis 200. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Weil mittlerweile gibt es ja dieses komische Eine-Fiech-Monster da, was total komisch ist, was uns töten will. Und ich mag das Ding überhaupt nicht. Ja, Mann! Ich heule gleich. Mir kommt wirklich eine Träne. Auch derjenige. Ich muss nur daran denken, dass ich heulen muss und dann kann ich heulen. Magic. Dadadadada. Alles wird gut. Bitte sei hier einfach richtig, okay? Es ist falsch. Es ist richtig. Es ist richtig! Aber was war das gerade für ein... Ach so. Falsch, okay. Was denn? Rechts. Rechts. Geradeaus. Und dann links. Links. Ja! Haha! Ich bin ja so gut! Hallo! Kommt jetzt irgendwas? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay, alles klar. Hast mich nur ganz leicht erschrocken. Also das war gar nichts so. Also probiere es beim nächsten Mal nochmal und dann ein bisschen fester. Also sowas... Pah! Sowas ist doch überhaupt nicht gruselig, ey. Also... Dann würde ich mir echt was besseres einverlassen. Ey, grutze. Peace. Ja, müsste doch schon mal wirklich Monster kommen, ey. Scheiße, der Gang ist lang, ey. Das ist ja erst perfekt, um mich zu erschrecken. Ich habe Angst. Hat der überhaupt ein Ende? What the fuck? Was ist das für ein Gang? Kann der Gang überhaupt enden? Ist das vielleicht so ein... Ich laufe trotzdem mal weiter geradeaus. Ich habe aber voll Angst, man. Warte, der Gang ist voll fakig. Hier ist bestimmt gleich direkt wieder das Ende. Äh, oder der Anfang, oder? Habe ich es doch gewusst! Was für eine Verarsche ist das! Not bad, not bad. Mir wäre fast drauf eingefallen. Was? Wieso habe ich eine Taschenlampe auf einmal? Huch! Wieso sind wir jetzt in der Schule irgendwo unterwegs? Also, meine lieben Kinder. Heute lernen wir, wie wir vom Monster nicht aufgefressen werden. Dazu folgt ihr einfach meinen Anweisungen. Mir nach! Äh, Kinder? Kinder? Wo seid ihr? Kinder? Kinder? Wo seid ihr? Kinder? Hallo Kinder? Was ist das? Kinder? Kinder? Macht das nicht! Hört auf damit! Lasst eure Lehre aus dem Spiel! Was ist das? Was ist das für eine Fotze? Habe ich nicht gesagt. Wow! Okay, alles klar! Ich habe keine Angst, nein! Nein, nein, nein! Pah! Dieses Spiel kann mir doch keine Angst machen, also! Ich bitte euch! es ist doch absurd du bist so hässlich du bist so hässlich du bist so hässlich du bist sogar ziemlich schnell unterwegs warte bitte nein hier ist ein ende lass mich hier du Schlampe kommst du auch hier durch die kommt sowieso hier durch lass mich na links rechts oben unten ich will diese komische Tuse nicht sehen die hat so schöne Augen aber ich will sie trotzdem nicht sehen das ist so scary einfach in den Augen zu schauen wo bist du oh du bist so oh scheiße was ist das für eine scheiße ich will nicht dass mir so eine Rolle folgt das ist der grüne Typ nicht du grünen Typ der andere grüne Typ fand ich besser fuck nein oh Gott töte mich nicht ich höre sie nicht ist jemand noch da ich höre nicht dass sie mich verfolgt irgendwas ist komisch na sie ist nicht da okay ich kann anfangen wieder nochmal zurück glaube ich ich glaube sie hat uns verlassen die Bitch ist weg also ich habe deutlich mehr Angst als bei der ersten Aufnahme das kann ich euch aber sagen Leute ich weiß zwar nicht woran es liegt vielleicht daran dass es dass ich eigentlich umgebungs mäßig jetzt auch mal hier Dunkelheit habe im Raum und vielleicht weil dieses Spiel auf einmal so richtig komische Ambiente Music hat die mich jetzt gerade übelst abfuckt was war das was falsch 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 okay links geradeaus 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 yes haha nichts kann mich erschrecken nichts nein gar nichts oh hi my friend also bevor ich dir deine Hand schenke will ich erst mal speichern so was gibt es was ist mit dir keep a little pep in your step ich hoffe der steht nicht auch der kann ruhig liegen bleiben ich kann mir nicht vorstellen dass nichts mit dieser komischen Leiche da passiert oder mit dem Skelett da okay wir sind Stage 200 Leute 201 ehrlich gesagt und ja ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl gerade ich weiß auch nicht was ist das enter access specimen database spitzes 1 achso method heart attack total fatalities vor kann ich hier sehen wie oft das Ding jetzt gerade im hinterher gespuckt ist physical tearing okay ich lasse das mal einfach so im Raum stehen weiß nicht was ich damit anfangen soll aber wo lang soll ich gehen wo lang soll ich gehen what the fuck ist das hier für eine scheiße ich mag sowas nicht ich mag sowas überhaupt nicht ich mag sowas nicht hör auf damit ja das ist hier mit diesen komischen Kackräumen jetzt the darkness is slowly consuming us now I don't think our rituals will appease it much longer how were we supposed to know this would happen keine Ahnung ihr habt scheiße gebaut man ach Jensen fuck man wo in so muss ich gehen broken wie broken denk mich am Arsch broken gibt's hier auch mal eine Tüte die nicht broken ist das ist da wo ich hier drin war oder mother is not pleased with us but how we were supposed to know what was that the girl wasn't pure oh god jesus christ geht's um dieses komische girl was mich da verfolgt hat geht mal weg hier hallo ja wunderbar ich sehe richtig viel oh fuck was war das gerade was war das gerade Hilfe ich weiß nicht wo ich hin soll man oh man whoo was ist das denn für eine mach die weg ich will die nicht sehen oh rum 200 uh was ist das für ein scheiß Geräusch gerade gewesen. Ich mag das Geräusch nicht. Das ist voll abgespaced. Richtig abgespaced. Was soll ich davon halten eigentlich gerade? Ich weiß es gerade nicht. Was ist das denn? Wieso steht da was im Weg? Ambientzaun sind es gruselig. Hört auf damit. Das Spiel will mich quälen. Oh, das schafft es auch. Das quält mich gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich will mich einfach gar nicht mehr umdrehen in diesem Spiel. Das fuckt mich einfach fluse ab. Okay. Jumpscare ist gelungen. Was ist, wenn ich hier durchgehe? Okay, ich kann da nicht durchgehen. Hm. Rechts oder links? Ich gehe rechts. Ach, fuck, Alter. Ja, solange hier nicht dieses komische Ding da rumfiezt, was ich vorhin gesehen habe, dann ist alles gut. Scheiße, da ist ein Table. Wieso ist da so ein Table? Hört auf damit. Musik, hör auf. Ich will keine Musik mehr hören. Ich habe genug Musik gehört. Hey. Hör mal auf hier. Dieser Effekt ist richtig abgefuckt. Ich komme darauf nicht klar. Hm, hm. Ah, was ist mit dir? Hm. 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 Was war das für ein Geräusch? Okay, dieses Abfuck hat aufgehört. Wo bleibt der nächste Abfuck? Bill, sag mir, wo der nächste Abfuck ist. Links, Shardhawks. Okay. Also muss hier der nächste Abfuck sein. Ah. Ach, nö. Ich will diese komische Kreatur gar nicht sehen. Ich will sie gar nicht sehen. Ich will sie gar nicht sehen. Ich will mich nicht umdrehen. Stage 240. Fuck. Geradeaus. Geradeaus. Rechts. Fuck. Okay. Ja, okay. Geradeaus. 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 What the fuck? Fick dich. Geradeaus. 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 Links. Jawohl. So, welche Bitch will mich jetzt hier töten? Hallo? Hier sind immer Bitches, die mich töten wollen. Hm. Sieht wohl ganz nett aus. Aber. Nein. Ich will nicht. Wieso bin ich wieder hier? Ich will nicht hier sein. Ich will hier raus. Die Monster werden schneller und stärker und behinderter. Okay. Irgendwie so. Ähm. Hey, Spooky. Meinst du? Passwort pumpkin. Passwort pumpkin. Okay. Pumpkin. Um hier wieder was zu lösen. Zu lösen. Okay, das war jetzt aber nicht so gruselig, also da hättest du dir was anderes einverlassen müssen. Also das war schon von den Sounds her, einfach nur Schauer über den Rücken, aber ansonsten, ja, so viel mehr ist da nicht passiert, ne? Wie jetzt einfach mal nicht jede Tür aufgeht. Oh, hi, Block. Alles klar. Hallo, Kronleuchter, Raum. Hallo, Raum mit gar nichts. You are here. Schon verstanden. Kenn ich schon. So. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. What is that for a scheiße here? Das is Mr. Brain. Pinky and the Brain. Der Pinky and the Brain. Was is das for a scheiße? Was soll ich jetzt damit machen? Ich geh hier lieber weg. Ich geh hier lieber weg. Da, da, da. Na, ich kann hier nicht mehr weg. Ich kann hier nicht mehr weg. Wohin muss ich hier lang? Oh, oh, oh. Aber schön, dass wir sehen konnten, dass das Ding da ist. Jetzt kommt es uns dort. Uns. Das bricht jetzt gleich aus. Und dann heißt es einfach mal für Shardox aus die Maus. Hey. Warum bin ich schon wieder hier? Verpiss dich doch. Ich will dich nicht sehen. Ich will nur dieses Spiel bestehen. Das Ding. Die ambienten Sounds werden wieder lauter. Und dann wird der Shardox gleich noch versauter. Und wenn er nichts mehr kann, dann klaut er einfach diese ganzen Scares weg. Das ergibt keinen Sinn. Wie beim Ende von einem Film. Kommt gleich ein Film. Na, na, na. Okay. Die Reime sind echt so mega schlecht. Das ist wirklich unglaublich. Was ist denn hier los, Mann? Ich will mich hier nichts mehr erschrecken. So langsam habe ich das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit so perfectly. Hi. Würdest du mich mal erschrecken? Tust du nicht. Okay. Jetzt habe ich aber Angst. Jetzt muss jetzt gleich was kommen. Ey. Ich habe es gewusst. Biasch. So einfach kriegst du mich nicht. Du hast mich so gut darauf vorbereitet, dass da einfach gar nichts kommt. Alter. Wir rushen jetzt einfach hier gerade durch die Stages so durch wie, keine Ahnung was. Das Spiel will mir hier Gnade zeigen oder was. Denken sie einfach nur so, Schadung, du kriegst keine Stages mehr. Du hast jetzt genug Panik gehabt am Anfang und jetzt kannst du einfach total schilexen und einfach so durchs Spiel durchjumpen. Ist ja völlig egal. Schadung, du bist ja sowieso total nicht schreckhaft und so. Deswegen brauchen wir dich ja nicht scaren und so. Denken sie das Spiel. Denken sie einfach so, oh, nope, nope, nope. Nope, nope, nope. Ah, na, 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 na. Oh. Fuck. Äh, dann vielleicht doch links. Links. Wie wissen wir nochmal links? Dann geradeaus und dann rechts. Ah, fuck. Links. Geradeaus. Links. Ah, fuck. Warte, war das nicht. Das war links. Links. Geradeaus. Geradeaus. Ja. Was ist das für ein Zettel? In order to survive this house, I need to keep writing notes. I must do everything as central protagonist. I would and hope this... Was? I must do everything as central protagonist would and hope this is one of those stories. Insert obscure horror reference that no one gets and misinterpret as instructions somehow. Das ist ja so geil formuliert, dass ich mir gerade denke, fuck, alter, ich verstehe da irgendwie überhaupt nur die Hälfte von. Fuck, nein. Nein. Ich will speichern und gar nichts damit zu tun haben. Keep that blood pumpkin pumping. Well, I still haven't died, so it appears I might be the protagonist, but I'm not entirely sure. I hope I'm not some side character that leaves no for pointless expositions. Also, I found a strange computer that gave description of the monsters and it seems like they are called effective based on how many people they kill. Genau. Wir machen aber erstmal diesen Punkt ein kleines Boyski wieder, meine lieben Freunde. Und ich sage immer mal, bis zum nächsten Mal und haut rein. Macht's gut. Die Leute machen das einfach nicht so gut. Bei mir ist das ein wenig trilogy. Ich liebe das zu ihnen, dass wir hier sind. Vielen Dank.